Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Orakel Corona Update, die Lernprozesse, Entwicklungsziele, was wir so auf spiritueller Ebene aus dieser doch inzwischen recht intensiven Corona-Thematik rausholen können. Ja, man könnte sogar sagen, wir sprechen hier inzwischen von einer Corona-Krise. Seit gestern ist in der Schweiz auch ausgerufen worden, dass alle Schulen geschlossen sind. Also wir haben wirklich so eine Art gesellschaftliche Sedierung erfahren und das Ziel ist auch, dass so ein bisschen Ruhe einkehrt in der Gesellschaft, damit die Ansteckungswege so klein wie möglich gehalten werden können. Und ich habe ja mein letztes Orakel zur Corona-Thematik vor zwei Wochen gemacht und als ich heute mal wieder reingeschaut hatte, dachte ich mir so, meine Güte, das habe ich vor zwei Wochen gesagt und heute sind wir in einem ganz anderen Zustand, was uns eigentlich auch aufzeigt, wie schnell sich so ein Prozess entwickelt und mit welchem immensem Wachstum das auch letztendlich verbunden ist. Und ich habe heute mal so ein bisschen eine andere Auslage hier gemacht, einfach für zum Schauen, was sind diese Lernthemen, was sind die Entwicklungsziele auf spiritueller, persönlicher, psychischer Ebene, welche wir durchlaufen dürfen und was letztendlich auch das Potenzial ist hinter dieser Entwicklung. Und dazu habe ich mit den Aurasoma-Karten hier ausgelegt, weil ich finde, Aurasoma zeigt sehr auf wunderbare Weise auch das Heilungspotenzial von so einem Thema auf wie die Corona-Krise. Nicht nur auf der strukturell-physischen Ebene, sondern auch auf der emotionalen, auf der psychischen und natürlich selbstverständlich auch auf der spirituellen Ebene. Und das finde ich recht spannend. Ja, lass uns gleich anfangen und schauen, worum es hier geht. Wir haben hier bekommen, in der Ausgangslage, in der ursprünglichsten Energie, habe ich hier gefragt, worum geht es denn hier eigentlich bei der Corona-Krise? Um was, für welche Lernentwicklungsprozesse dürfen wir hier vollziehen? Und hier kommt die Farbe klar über blau. Das ist die Flasche Friede im neuen Zeitalter. Es geht also auch darum, in unserer neuen Energiequalität, wo wir jetzt sehr, sehr stark dran sind, uns hineinzuentwickeln, eine neue Klarheit zu erfahren, ein neues Bewusstsein zu entwickeln und dass wir mit einem ganz tiefen, tiefen Vertrauen, was ja auch schon im letzten Orakel ein Thema war, in diese Prozesse von Corona einsteigen dürfen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass all das, was für uns geschehen mag, in unserem Lebensplan, in unserem Seelenplan drin liegt und dass wir uns hier auch in einer gewissen Art von Demut und gleichzeitig auch Hingabe hineinbewegen dürfen. Und diese Demut und Hingabe äußert sich jetzt im Moment sehr, sehr stark in der Gesellschaft durch Ruhe, durch Stille, durch mehr Sein als in die aktionsbetonte Energie des Wirkens zu gehen. Und diese Sedierung findet im Moment sehr, sehr stark auch im einzelnen Individuum statt. Und das ist so spannend zu spüren, weil hier wirklich eine friedliche Energie eingeläutet wird. Eine Energie, die wirklich auch in ihren Tiefen, ja, bei uns allen einen Frieden stimulieren kann, den wir vielleicht vorher gar nicht in der Lage gewesen wären zu spüren. Ja, plötzlich ist es still. Also das war auch sehr interessant, gestern zu beobachten, so nach 16 Uhr, war eine Stille spürbar. Und ich hatte mich in den letzten zwei Wochen oft genervt und aufgeregt über diesen Lärm. Also wirklich so eine Lärmemission, eine Lärmbelastung war in der Gesellschaft spürbar. Also auch konkret mit Menschen, die laut waren, mit einer Baustelle, die ich nebenan habe, die auch immer wieder Krach macht. Und plötzlich wird alles gedämpft. Und das ist schon sehr interessant, weil das urtiefe Thema hier in diesem Corona-Prozess ist unter anderem auch zu tiefen Frieden zu finden. Das ist so das Potenzial, was diese Krise uns mitbringen möchte, dass wir diesen Frieden in uns und diese Ruhe und dieses tiefe Vertrauen in unsere eigenen Lebensprozesse und in die Hingabe weiter erfahren dürfen und auch erleben dürfen. Und das ist schon sehr spannend und auch sehr schön. Ich habe dazu noch eine weitere Karte gezogen aus dem Tarot, einfach für zum Klären, worum geht es denn da und mit diesem Potenzial, wie tun wir uns damit? Und da sehen wir, hier kommt schon wieder dieser zweiter Münzenmann im Donnerstagsauswahlorakel, war ja der auch schon mit dabei. Und der sagt, ja, die Wellen schlagen schon noch hoch. Also es ist schon eine Unruhe spürbar und es fehlt vor allem auch das Vertrauen. Das Vertrauen in die geistige Führung. Das Vertrauen auch, dass wir einem höheren Plan unterliegen und dass wir eigentlich mit unserem kleinen Ich-Willen, ja, mit diesem Ego-Ich-Willen hier nicht so viel machen können. Wir müssen uns in die Hingabe bewegen. Wir dürfen in diese Hingabe gehen, um letztendlich auch diese Heilung oder auch diesen Prozess sinnvoll vollziehen zu können. Also es geht um das Entwickeln eines Urvertrauens letztendlich auch in die geistige Führung. Und hier kommt ja auch noch die Ziffer 2. Die Ziffer 2 deutet also auch darauf hin, dass die hohe Priesterinnenenergie sehr stark am Wirken ist, was auch bedeutet, dass wir uns in ein Unbekanntes hineinbegeben dürfen, um letztendlich tiefer zu gehen. Und was ist mit Tiefe gemeint? Es geht darum, dass wir alle in unserer Inneschau sehr gefragt werden im Moment, bei jedem Einzelnen im Individuum, aber auch durch diese Inneschau auch sehr interessant beobachten können, was im Außen passiert, in der Gesellschaft passiert. Und das ist doch auch immer wieder so ein bisschen ein Abwägen von seiner eigenen Sicherheit und von dem, was man innerlich fühlt und meint, hin zu dem, was im Kollektiv geschieht. Und genau das schlägt im Moment auch Wellen. Wir brauchen ja auch das Außen, das Kollektiv, um in unsere Inneschau zu gehen, weil es einfach zwei stimulierende Energien sind, die sich gegenseitig bedingen und gegenseitig auch beeinflussen können. Und das ist sehr, sehr interessant. Das ist so das geistige Potenzial von dieser Krise. Und ich schaue hier auf der zweiten Position ja, was ist denn das, was wir daraus lernen dürfen? Was sind die größten Stolpersteine? Aber was ist auch das größte Geschenk, was wir hierbei erfahren dürfen? Und das ist sehr spannend, als ich die Karten ausgelegt hatte, da kam hier die Karte 52. Und die 52 ist hellrosa über hellrosa und gehört zur Energie von Lady Nada. Und das, was uns hier geschenkt werden möchte, ist die pure Liebe, die pure bedingungslose Liebe, die wir erfahren dürfen in diesem Prozess. Und warum ist das so ein großes Thema von der Liebe? Weil Liebe der Gegenpol ist von der Angst, von der Hysterie, von der Panik, wo ja doch auch recht geschürt wurde in den vergangenen Wochen. Und diese Liebe hilft uns einfach auch, wenn wir unsere eigene Liebesfähigkeit erhöhen, in einem Urvertrauen zu sein, zur Erde, zu unserem Auftrag hier auf Erden zu sein. Das war ja auch im letzten Corona-Orakel ein Thema mit der Karte von Mutter Erde. Du magst dich vielleicht noch erinnern, das war diese rote Karte. Und dieses helle Rosa ist letztendlich nur die geläuterte Form, die geklärte Form von dem Rot. Also hellrosa und Rot kommen aus dem selben Farbspektrum, beinhalten also die ursprünglich gleiche Urenergie. Aber hier ist sie geläutert. Und hier ist sie klar. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Denn es ist die Liebe, die uns hilft, in die Güte zu gehen und auch in die Nächstenliebe zu gehen und einfach auch deeskalieren zu können von Situationen, wo wir nicht gut mit unserem Wurzelchakra verbunden sind und mit der Erde verbunden sind. Das sehen wir ja auch an diesen Hamsterkäufen, dass da die Leute den Supermarkt vollrennen und sich dann einfach den ganzen Einkaufswagen voller Ravioli füllen oder voller Teigwaren oder was auch sonst. Und die Lady Nada Energie, das ist eine Meisterinnenenergie, das ist eine aufgestiegene Meisterin, eine kausale Lehrerin, eine kausale Lehrerenergie, die uns hierbei wirklich hilft, uns vollkommen anzureichern mit dieser Liebe, die wir brauchen. Und jene Menschen, die von dieser Angst und von dieser Panik so stark betroffen sind, die dürfen hier noch mehr in diese Liebe gehen und auch in eine Heilung gehen, wo es vielleicht möglicherweise auch noch Mutterthematiken gibt, weil wir ja letztes Mal schon das Thema hatten mit Mutter Erde. Und Lady Nada ist natürlich eine weibliche Meisterin, eine Meisterin quasi in der Energie einer Urmutter, die uns unterstützt, dieses liebevolle und auch sehr nährende, fürsorgende für andere aufzubringen. Ja, das ist ein Meistertalent. Ein Talent gerade auch für sehr viele Menschen, die hier in diesen Prozessen sedativ wirken dürfen für eine Gesellschaft, die in Aufruhr ist. Aber letztendlich ist es auch eine kollektive Energie, die uns sehr dabei unterstützt, Liebe in unser Herz hineinzulasten und somit auch unser Immunsystem zu stärken. Und Liebe ist eine ganz große Kraft, die uns hilft, stabil zu sein in unserer Psyche, stabil zu sein in unserem Sein als Mensch. Und hierbei unterstützt uns diese Lady Nada Energie auch nochmal sehr, sehr intensiv. Auch um unser Herz vollkommen zu heilen, jene Wundenpunkte in uns vollkommen anzunehmen, wo wir diese Liebe, diese bedingungslose Liebe nicht erfahren haben. Vielleicht auch durch weibliche Autoritätspersonen, die uns diese Liebe nicht immer so in dem Rahmen zugeführt haben, wie es vielleicht für uns nötig gewesen wäre. Also auch eine sehr große innere Kindthematik, die hier auch mit reinspielt. Also hier kommt ganz viel Sanftheit für das Kollektiv, ganz viel Güte, Wärme, Zartheit. Das sind so diese Attribute, die uns hier anregen sollen, damit wir in diesen Prozessen mit der Corona-Krise, sage ich jetzt mal, gut uns entwickeln können. Auch auf spiritueller und auch auf persönlicher Ebene. Und wenn wir den Tarot hier betrachten, dann kommt hier die drei der Schwerter. Und da sehen wir ganz klar, es ist eine Herzensgeschichte. Also Corona stimuliert uns, auf innigster Ebene unser Herzchakra zu heilen und unser verletztes Herz in der Tiefe der Liebe von Lady Nada hier anzunehmen, dem Fürsorge zu geben, Zärtlichkeit zu geben, Geborgenheit zu geben, damit wir es in die Heilung erheben können. Die gesamte Corona-Krise findet ja mit der Reinfizierung der Viren vor allem auf den Atemwegen, den Lungenbronchen vor allem statt. Und das hat sehr häufig damit zu tun, weil Menschen, man sagt, man spricht ja immer von Risikopatienten, die jetzt zum Beispiel vielleicht schon Atemwegserkrankungen und so weiter haben, hier eine Schwäche haben auf den Atemwegen, auf dem Herzchakra, weil auch das Herzchakra, die Lungen und die Thymusdrüse und so weiter genau auch mit dieser Energie nähren kann. Und wenn wir Blockaden haben, wenn wir Verletzungen haben in unserem Herzen, kann dieses Herzchakra nicht seine volle Leistung in diesem Sinne erbringen. Und wir haben schnell eine Schwächung auf dem Herzen, weil das Herz ja letztendlich auch jene Organe mit Energie versorgt, welche gerade auch für die Immunabwehr so wichtig sind. Ich denke dabei auch an die Thymusdrüse, die ja sehr wichtig ist und auch vom Herzchakra genährt wird, weil es ja die T-Lymphozyten und die T-Killerzellen herstellt, um die viralen Infektionen abzutöten. Und man kann somit also auch sagen, gerade Menschen, die geschwächt sind in dieser Herzchakra-Thematik, das kann ausgehend sein von einem starken Liebeskummer, ausgehend sein von Verletzungen, die wir erfahren haben, ausgehend von unerwiderter Liebe etc., die spüren oder können hier anfälliger sein. Was auch ganz spannend ist, ist auch, dass Männer möglicherweise hiervon noch ein bisschen stärker betroffen sind, weil vielleicht die Aufarbeitung nicht in gleichermaßen erfolgt ist wie bei Frauen, je nachdem. Das gibt hier keine Pauschalisierung, das ist mir auch sehr wichtig, das zu betonen, aber dennoch auch im Sinne einer Sensibilisierung und Bewusstwerdung kann das doch auch sehr interessant zu wissen sein. Also hier geht es auch ganz klar mit Lady Nada eindeutig um eine Aufarbeitung von Herzensthemen, von Themen, die auf dem Herzen drücken, die belastend sind und vielleicht sind wir uns dessen gar nicht so bewusst. Wir reagieren selbstverständlich unbewusst, das sehen wir ja in den Hamsterkäufen, indem wir in unser Fight-or-Flight-Verhalten zurückfallen und nur noch im kleinen Hirn funktionieren. Und da finden dann eben diese Hamsterkäufe statt. Und ich wollte dir hier noch mal die Flasche zeigen von Aurasoma, die Flasche 52, Lady Nada, die dieses Heilungspotenzial von dieser bedingungslosen Liebe in sich trägt, welche wir auch unbedingt assimilieren dürfen. Und Lady Nada ist eine wundervolle Energie. Du siehst, sie trägt hier den Schmetterling auf ihrem Herzchakra. Also eine tiefe Transformation, die hier im Herzen stattfinden möchte, ist unter anderem auch ein spirituelles Thema von der Corona-Krise. Aber auch ganz klar und sehr eindeutig mit der Königin der Schwerter, dass sie hier auch nicht ein großes Brimborium drum macht. Also sie wird die Dinge klar ansprechen. Hier ist auch ein sehr großes Tempo in diesen Corona-Prozessen zu sehen. Das ist auch das, was ich eingangs erwähnt hatte. Was ich vor zwei Wochen gesagt habe, ist schon gar nicht mehr aktuell. Man muss schon wieder eine neue Standardbestimmung machen. Und das sehen wir hier auch. Die Königin der Schwerter ist schnell. Die ist schnell und klar und die bringt die Sache auf den Punkt. Und was uns dabei auch sehr unterstützen kann, das sehen wir hier auch an ihrem Schwert, ist zum Beispiel auch die Kundalini-Energie. Weil die Kundalini-Energie genauso zielführend schnell und klar die Dinge auf den Punkt bringen kann. Und es ist eine sehr, sehr transformierende Energie, eine sehr hoch schwingende Energie, würde ich auch mal sagen. Also wir hinken eigentlich alle ein bisschen hinterher. Also mit der Informationskultur, meine ich. Und deswegen ist es auch letztendlich etwas, wo man immer wieder updaten muss. Recht schnell und recht zügig. Also eine sehr spannende Entwicklung. Wenn wir in die Energien vom Hier und Jetzt schauen, in dieser aktuellen Corona-Krise, heute am 14.03., dann bekommen wir hier auf der Position 3. Das ist die Position vom Hier und Jetzt. Klar über Violett. Und klar über Violett trägt die Information von Heilung im neuen Zeitalter. Also wir bekommen hier Heilungsenergien. Wir bekommen Heilungsenergien aus dem Kollektiv. Wir bekommen die notwendigen Inspirationen, die entsprechend impulsgebenden Informationen, die uns helfen können, aus dieser Energie auszusteigen und einen neuen Weg zu gehen. Es geht um Denkprozesse, die sich verändern müssen. Es geht um neue Lösungen, die angegangen werden müssen. Es geht darum, dass auch eine gewisse Rigidität oder auch Starre in gesellschaftlichen Strukturen umgebaut und umgestellt werden dürfen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es setzt von der Gesellschaft sehr viel Flexibilität im Moment auch voraus, dass wir überhaupt uns in eine Veränderung begeben können. Und es ist ja immer sehr schwierig, ein gesamtes Kollektiv an Menschen in eine Richtung zu bringen. Und dennoch findet es im Moment absolut statt. Also wir sehen hier auch, es hat mit kollektiven Energien zu tun, die auch eine Art Massenkarma in Heilung bewegt. Und warum findet Heilung statt in der Masse? Weil wir hier Violett haben. Also das Violett unterstützt sehr, sehr stark, das Kronenchakra zu öffnen und mit dem Klar kann reines Licht reinfließen. Also findet hier auch auf tiefster Ebene in unserer Bewusstheit und auch gerade in solchen Strukturen, die sich immer wieder in den selben Kreisen drehen. Die 15 ist ja auch die Karte des Teufels im Tarot. Immer wieder diese Teufelskreise, die wir erleben, eine Öffnung statt. Und das wiederum ist auch eine Energie der Gnade, eine Energie der Lösung, eine Energie, die sich hier öffnen möchte in eine neue Schwingungsebene. Das kann man so schon sagen. Und wo jeder Einzelne auch dazu eingeladen ist, dass er oder sie tiefer schauen darf. Dass er oder sie ein Bewusstsein entwickeln darf, wo seine eigenen Muster und Themen an die Oberfläche dringen können. Und wo es auch darum geht, Schattenarbeit vielleicht hier und dort noch zu leisten, um eben genau aus diesen engen Strukturen hier austreten zu dürfen. Und gelingt uns das, so schaffen wir hier auch automatisch das Potenzial von einem Frieden, der in diese Welt einziehen möchte. Einen Frieden, der uns insgesamt ruhiger macht. Nicht mehr so in dieser Aktion der Panik, sondern insgesamt einfach ein Vertrauen auch in uns entstehen lässt, wo wir mehr in diese Hingabe gehen dürfen in Bezug auf das, was unsere Seele uns letztendlich auch beibringen möchte. Wenn wir hier im Tarot schauen, bekommen wir hier Queen of Rods, das ist die Königin der Stäbe. Und hier geht es auch noch um Selbstermächtigungsprozesse, um Prozesse, wo wir in unserer Kraft finden dürfen, um Prozesse, die uns unterstützen, dass wir dieses beste Potenzial, welches in uns allen liegt, welches auch in dieser großen kollektiven Krise im Moment liegt, hervorholen können. Wir dürfen nicht nur schwarzmalen, das ist sehr, sehr wichtig, weil sich diese Schwarzmalerei absolut auch mit dem Licht bedingt. Also diese Energien sind dual. Wir bedingen uns im Licht sowie im Schatten und wir brauchen den Schatten, um ins Licht zu kommen. Wir brauchen aber auch das Licht, um den Schatten anschauen zu können. Und so ist es auch nichts als nur von ungefähr, dass wir hier überall in den oberen Fraktionen im Bewusstsein Licht erhalten, das klar erhalten. Auch das helle Rosa ist ja, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ein durchsträngtes Rot. Und das ermöglicht uns letztendlich auch, dass wir hier immer wie mehr in unsere Kraft kommen können und uns unserer eigenen Bewusstheit in Bezug auf uns selbst, auf unsere eigenen Reaktionsmuster bewusster werden können. Dass wir selbstständiger werden und dass wir letztendlich auch über diese kleine Persönlichkeit hinauswachsen können. Damit meine ich auch, dass Themen, die vielleicht in unserem Ego stecken, noch transformiert werden dürfen, weil es vielleicht auch Themen sind, welche unser Ego bewusst ein bisschen wegsperrt in die Schattenzone und wo wir strampeln und sagen, hier lassen wir niemanden durch, weil es uns unbequem ist. Aber da kommen wir wenig dran vorbei, weil es halt auch im Kollektivschicksal wie unterlegen ist, dass wir eben auch Schattenthemen transformieren müssen zugunsten von unserer eigenen Größe. Und das ist schön. Und erst wenn wir das geschafft haben, was letztendlich auch ein bisschen Mut voraussetzt, können wir hier auch wirklich spüren im Nachhinein dann, wenn wir diesen Prozess vollzogen haben, dass es gut war, in diese einzelnen Themen hineinzublicken. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen unbequem war. Ja, das ist durchaus auch möglich. Wenn wir diese Prozesse geschafft haben und so ein bisschen ins Ziel hineinschauen, was uns diese Corona-Krise mitbringen möchte oder was die tiefere Mitteilung letztendlich auch ist und das Potenzial, welches wir daraus entfalten, das Ziel, bekommen wir hier die Flasche 95 und das ist die Flasche von Erzengel Gabriel. Magenta über Gold. Also das heißt, durch diese Läuterung, die wir hier durchlaufen haben, gerade auch sehr stark hier durch die Öffnung des Kronenchakras, können ganz andere Energien in uns einringen. Wir werden zu unserer eigenen Schöpferin der Realität. Das sehen wir hier schon mit der Königin der Stäbe. Und wir sehen hier auch, dass einfach auch diese göttliche Liebe immer mehr in unsere Gesellschaft und auch in unser System eindringen kann, weil wir es erlaubt haben, dem höheren Willen, hier mit der Zwölf, durch uns zu wirken. Dieser höhere Wille aus der geistigen Welt darf durch uns wirken, weil wir es uns erlaubt haben, unser Ego ein bisschen zur Seite zu schieben, damit der höhere Wille in unserem kleinen Willen diese Heilung vollziehen kann, die hier, gerade im Hier und Jetzt aktuell ansteht. Und das führt letztendlich dazu, dass es eine Harmonie geben wird in all unseren feinstofflichen Körpern, aber auch in unserem physischen Körper. Und dass wir so wie geläutert von einem Prozess auf die nächste Stufe kommen können und zu unserer eigenen Weisheit stehen werden. Und dieses Selbstvertrauen, welches wir uns erarbeitet haben, gerade durch diese Krise, auch sehr viel Freude in uns hervorholen wird. Gerade auch in der Schweiz sind wir ja sehr häufig, und ich nehme an, dass es in Deutschland und auch in Österreich ähnlich, sind wir ja nicht unbedingt immer nur ein Volk der reinen Lebensfreude. Das haben wir ein bisschen vergessen wegen unserem Pflichtgefühl. Und Erzengel Gabriel möchte uns hierzu einfach auch wirklich einladen, dass wir vielleicht auch mal lernen, die Fünfe gerade stehen zu lassen. Das sehen wir ja jetzt auch gerade, dass unser Pflichtgefühl mit Arbeiten, 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 Arbeiten immens unterbunden wird. Und dass es auch andere Werte gibt im System, welche dominanter werden möchten. Gerade auch hinsichtlich der Nächstenliebe, hinsichtlich auch des liebevollen Umgangs untereinander. Und das ist ein wunderbares Geschenk, welches uns letztendlich auch die geistige Welt hier machen möchte. Und das finde ich sehr, sehr schön und auch sehr berührend. Im Tarot sehen wir dann, bekommen wir die Gerechtigkeit. Das heißt, mit der Gerechtigkeit transformieren wir einen karmischen Zyklus, der hier schon längstens anstand, dass wir diesen uns bewusst machen und dass wir uns gewahr werden, wer wir eigentlich sind als Individuum, funktionierend in einer größeren Gesellschaft. Und diese Gerechtigkeit, die hier einziehen will, ist letztendlich auch etwas, wo auch eine Art Rangverteilung, wenn man dem so sagen kann, innerhalb der gesellschaftlichen Struktur neu überprüft und neu verteilt wird. Und das ist ganz, ganz spannend, weil es eben einfach auch in unseren Wert- und Moralvorstellungen ein Umdenken geben wird. Und dieses Umdenken findet eben genau durch diese Heilung im neuen Zeitalter, durch diese kollektiv verändernden Bewegungen aktuell in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark statt. Und das wiederum lässt uns dann, wenn wir hier die anfängliche und die letzte Energie anschauen, zurück in unser Selbstvertrauen finden. Und auch in einen Frieden, wo wir stiller werden, weil wir sehr vieles auf einer tieferen und bewussteren Ebene verstanden und somit auch letztendlich akzeptiert haben. Wenn wir unter die Kartendecks schauen, dann sehen wir hier, haben wir den Robin Hood. Das ist die Robin Hood-Flasche, rot über grün, die uns sagt, dass es auch darum geht, in eine Ausgewogenheit zu kommen zwischen Denken und Fühlen, zwischen Handeln und Fühlen. Und auch die männlichen sowie auch die weiblichen Anteile in uns auszugleichen. Und das findet ja jetzt im Moment sehr, sehr stark statt. Also dieses Stillgelegtsein, diese Passivität, die wir jetzt sehr stark spüren mit dem Frieden im neuen Zeitalter, ist letztendlich eine Energie, die männlich, also das Blau ist eine Energie, die männlich sowie auch weiblich gleichzeitig ist. Männlich deswegen, weil es uns einen Schutz gibt, weil wir stillgelegt werden, weiblich deshalb, weil wir mehr ins Empfangen gehen, weil wir mehr in diese hohe Priesterinnen-Energie gehen. Und das ist letztendlich auch etwas, was sehr heilend wirken kann, wenn solche Voraussetzungen geschaffen werden können, was wir dann letztendlich auch sehen, weil hier dann auch die Heilung stattfinden kann mit der 15, in dem unser Bewusstsein transformiert wird. Und wenn wir im Tarot noch auf die Unterseite des Texts schauen, dann ist es hier die Königin der Münzen, die uns hier zeigt, wow, wir werden wirklich in unserem Selbstwert wachsen. Und ich finde, farblich passt diese Königin der Münzen doch wunderbar hier zu dem Erzengel Gabriel. Hauptschwerpunkt der gesamten Krise ist aber trotzdem raus aus der Angst und rein in die Liebe. Herzheilungsprozesse, Transformation im Bewusstsein und somit auch in unserem eigenen Herzen zu erfahren, damit wir in die Ruhe und in die Klarheit unserer seelischen Aufträge kommen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Besinnung und ganz eine gute Zeit der Innenschau und eine ganz wunderbare Heilung für dich. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.